Moin, hallo und willkommen zurück zu Don't Starve. Ich sitze hier noch am Lagerfeuer. Es ist immer noch Nacht. Ähm, kann ich mir noch was zu essen machen hier? Gute Frage. Hm, naja, eine Möhre ist jetzt nicht mehr so viel mit zu geben. Ich kann aber ein paar Bäumchen einpflanzen. Äh, oder auch nicht. Um zu duften viel zu essen geht es natürlich nicht. Na los. Was mache ich heute? Komm schon. So geht's doch. Na also. Ich brauche noch mehr Holz hier. Oh, Essen sieht auch nicht so gut aus. Das ist ein Problem. Ähm. Gute Frage, was iss ich denn jetzt vielleicht? Da ist noch nix da. Ich glaube ich müsste gleich die Möhre essen, sonst gehe ich hier noch ruf. Ah. Guck schon, kann es nicht wieder Tag sein jetzt hier? Kann ich noch Holz aufladen? Go. Oh, ich seh kein Holz, ist doch da. Der Fall geht noch. Ähm. Eine Kiste wäre nicht schlecht. Kann ich eine Kiste? Da ist der Tag wieder. Ich hab's geschafft. Letztlich, letztliche Kiste. Ne, ne? Egal. Da oben liegt noch ein Cone. Habe ich den liegen lassen? Ja, hab ich wahrscheinlich liegen lassen. Ähm. Ich hätte gern noch was zu essen. Ich bin noch ziemlich angeschlagen. Das ist nicht so gut. Essen ist wichtig. Wo gibt's denn hier was zu essen? Gibt's abgefahrene... Gibt's abgefahrene... Diese Schweine-Dudes. Was ist das hier? Berry-Bush. Oh, Berry-Bush. Hier sind's ne Menge Berry-Bush. Sehr gut. Essen! Hilfe! Ich will mehr essen. Ich hätte gern mehr Berries, bitte. Danke. Ich muss schließlich... Da ist ein Gubbel-Gubbel. Solange er abhaut, ist alles gut. Viel Mühe mehr Berries. Na komm. Kriegt das noch hin hier? Ja, ne? Vielleicht kriegt er ja nicht zu oft. Passt schon. Tag 9. Mein Magen geht langsam so ein bisschen in die Knie. Na komm. Gubbel-Gubbel. Was ist das? Was ist hier los? Ich müsste die eigentlich platt machen. Kann man die platt machen? Ich müsste die eine Falle stellen, glaube ich. Dann könnte ich die schon platt machen. Ähm... Ich brauche mehr zum Futtern. Was gibt's denn hier noch so? Ist das ein Pilz? Das ist ein Pilz. Äh... Schaufel? Habe ich Schaufel? Da habe ich Schaufel. Ich quipp die mal und... Flup! Mehr Pilze. Jetzt muss ich aber zurück. Jetzt kriege ich gleich ein Problem. Habe ich noch Berries so gesehen. Bisschen Butter. Ich habe das noch nicht gegessen. Pilze essen ist, glaube ich, keine gute Idee eigentlich. Ich muss immer nebenher noch essen. Was habt ihr eigentlich? Die Liebe Flower? Das gibt's ja nicht an. Der Tag ist schon halb oben hier. Oh, Mann. Wir müssen doch was Tolles finden. Was haben wir hier, Liebe Flowers? Was gibt's denn auf der Karte zu sehen? Irgendwas Interessantes? Ne, da ist nur Wald. Da habe ich die Sträucher abgefarmt. Da ist noch ein Ei. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber ist doch gefährlich dann da, ne? Hm. Mal gucken. Besser wäre natürlich, wenn ich noch mehr Sträucher finden würde. Irgendwas zu futtern wäre noch toll. Da ist noch ein Busch. Komm, erst mal pflücken. Oder wir nehmen gleich alles mit. Ich sehe hier... Da ist ein Spinnennetz. Das ist gar nicht gut. Da sind noch ein paar Schweine. Habt ihr noch was Tolles hier? Äh... Da ist noch ein Busch. Oh, schon nehme ich mit. Den nehme ich auch noch mit. Essen muss gesichert werden. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zurück hier. Das ist mir sonst zu unsicher. Wenn ich nicht gleich verhungere, dunkel, dann ist das nicht so gut. Das wäre doppelt gemoppelt. Blöde! Das ist nur die dichten Welt hier. Ich bin nicht in die dichten Welt. Ähm... Was brauche ich denn eigentlich noch? Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich gleich nochmal gucken. Irgendwas muss ich noch auf jeden Fall bauen. Kacke bräuchte ich. Wo kriege ich Kacke her? Hier muss doch irgendwo... Irgendwo muss hier Kacke sein. Wow. Platz mal ein. Und einfach. So. Hab ich da schon was? Das Feuer ist noch da. Oh, Holz wird aber auch knapp, ne? So. Jetzt versuche ich da nochmal was umkloppen hier. Ähm... Da ist da. Ich muss eigentlich mal das wegziehen hier. Jetzt die zusammen sitzen hier. Komm schon. Klopf, klopf, klopf. Ist da noch was Rotes hinten? Ähm... Komm nicht mit, ne? Da komm schon. Ah, komm schon. Jetzt aber. Ist doch schön, der mieses Wetter hier. Das Wetter wird auch nicht besser. So, jetzt ist aber... Oh Mann. Das ist jetzt ungemütlich. Erstmal ein Pilzchen. Jetzt kochen. Lecker Pilz gibt's jetzt. In grün. Das sieht auch noch richtig, richtig lecker aus hier. Genau was, was ich eigentlich nicht essen wollen würde. Kann man nehmen jetzt, oder? Oh. Komm, die Berries müssen sich alle kochen. Äh. Ich hab's heute. Ich hab's heute. Was war schon? Gestern gelernt, heute vergessen. Das klingt immer gut. So, mein Magen ist ziemlich in einmal. Komm schon ein bisschen mehr. Ah, es sieht schon ein bisschen besser aus. Ich schließe ich überleben und nicht sterben. Muss ich jetzt mal alles kochen? Ja, die... Die Möhre würd ich gerne da rein machen. Aber die wird langsam auch schlecht. Das ist nicht so gut. Ich hab nichts mehr zu verbrennen. Äh. Konnt ich die nochmal ausbuddeln? Warte mal. Ich glaub, die konnte ich doch ausbuddeln, ne? Jupp. Musst du doch irgendwie gehen. Da ist noch. Zock. Oh, da ist noch ein bisschen Platz. Platz und Holz brauchen wir. Ich kann hier auch wieder neue Bäume entplanten. So. Mitnehmen. Zack, zack, zack. Durch ein Nest bin ich jetzt auch noch. Obwohl ich einen Hut auf habe. Die Uniklauer. Ich kann mich nicht das zu drängen. So. Das Gras ist auch wieder da. Kann ich das, äh, einfach so? Ne, das wollte ich eigentlich... Ähm. wieder einpflanzen. Gras kann ich also auch mitnehmen. Das macht Sinn, das noch mitzunehmen dann. Ähm. Wollte ich was cutten hier mitnehmen? Ja, ich bin linkspolitisch damit. Okay. Das macht Sinn. Ich brauch schließlich noch viel mehr Gras hier. Kann ich nicht einfach aus Wäldern hier, äh, ein Ding spawnen, ne? Oh. Oh. Was ist da? So. Jetzt hab ich heute bestens was. Kann ich mal essen? Muss nicht reichen. Was konnte ich denn noch da? Essen? Ja, essen wär nicht schlecht eigentlich, ne? Kann ich mal irgendwas lernen hier? Irgendwas bauen? Strukturen. Aus Heu. Ich kann noch Heuwand bauen. Da hinten sind Geister. Ich hab's genau gesehen. Ähm. Hm. Magie. Zum verarbeiten. Was haben wir denn da? Seil. Borats. Kann ich da vielleicht mehr verfeuern? Ich weiß es nicht. Das bräuchte ich zum Arbeiten noch. Ja, ne. Das ist irgendwie noch was anderes. Ähm. Waffen. Kann ich auch nichts neues machen, ne? Viel Seil. Was könnte ich machen? Speer könnte ich dann machen? Okay. Die kann ich immer nur werfen, glaube ich, ne? Was war hier noch? Eine Schaufel. Nix anderes. Eine Hake. Ne, eine Missgabel. Oh, ich hab überlebt. Juhu. Weiter geht's. Ich muss das noch mitnehmen. Hier kommt die Falle. Nehmen wir mit. Ich muss jetzt mal die anderen Fallen checken. Und die Möhre muss ich zwangsläufig fürchtig wegpacken, wa? Komm, das graben wir noch aus. Kann ich das denn hier noch einpflanzen? Jetzt muss ich mal ausfinden, wo muss ich denn hin? Ähm. Wo hab ich die Fallen denn aufgestellt? Da unten, ne? Da muss ich da runter hin. Mach mal das ganz schnell. Zack, zack, zack. Mein Herz ist immer noch ziemlich angeschlagen. Ich muss, glaub ich, richtig was essen hier. Hm. Das ist ja nicht so pralle. Oh, der hat sich wieder regeneriert, siehste? Ich hab's genau gesehen. Und ich muss immer noch Kacke wiederfinden. Lüsen Kanibeln. Das ist jetzt immer. Und dann schmeiß die Möhre dahin. So. Yay. Die Trap kann ich wieder aufstellen, aber ich brauch halt noch mehr Dingens. Noch mehr Möhren. Wenn ich welche finde, wär das gar nicht so schlecht. Gras nehm ich nochmal mit. Viel Gras. Ich brauch ne Menge Gras. Kann ich nämlich noch was sammeln. Essen wär auf jeden Fall auch nicht schlecht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich nehm ich noch mit. Äh, kann ich dich nicht hier ausbuddeln? Ach, die Schaufel ist weg. Das ist ja ein wenig blöde. Ich hab keine Schaufel mehr. Kann ich noch eine bauen? Was mach ich hier eigentlich? Ne, jetzt hab ich nochmal gebaut. Nein, ich brauch keiner bauen. Egal, komm, dann hol ich dir jetzt auch eine Mütze hier. Kann ich nicht. Hm. Da. Ich hab dich gesehen. Egal. Ich guck mal grad. Wo war denn mein Lager eigentlich nochmal? Das musst du hier am Problem setzen, ne? Hier, hier ist noch was. Nimm das Zeug mal mit. Ähm. Ähm. Ich konnte jetzt keine Schaufel mehr bauen, ne? Weil ich keine... Schaufel... Doch könnte ich bauen. Aber dann muss ich die Science Machine setzen. Okay. Ich würd dir gerne auf eine Mütze holen. Muss ich jetzt hinter dir herrennen oder was? Oh, okay. Ich kann ja auch einfach Mütze holen. Das geht auch. Alles klar, dann schnell zurück. Bevor es wieder dunkel wird. Was ist das hier? Ein Animal Track, okay. Ah, ist schon wieder was. Kann ich aber grad nicht... Oh, es sind beide da. Kann ich aber leider grad nicht machen. Warte mal, kann ich dich... Mörder? Wo ist denn das andere Karnickel hin? Wo ist denn kommen? Mörder. Ich glaube, es ist abgehauen. Ähm. Das ist ja nicht so falle. Rotten Meat. Ne, Rotten... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Kann man essen? Dann geht's nicht. Will ich es essen? Ich glaube nicht. Ähm. Nach links muss ich, okay. Jetzt aber schnell. Wird nämlich langsam dunkel. Ein bisschen was zu essen hätte ich hier. Es ist jetzt nicht das Beste, aber es wird glaub ich jetzt mal reichen. Ja, überleben in der Wildnis. Es ist gar nicht so einfach, um es zu gehen. Jetzt müssen wir erst, was wir nachgefahren haben. Da füßt man. Blaue Mascheln, okay. So. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ach, das ist Fuel? Okay. Kochen wir mal. Lecker, lecker. Ja. So. Das gibt mir sogar ein bisschen Leben wieder, okay. War jetzt nicht so viel, aber neuer. Was kann ich auch machen? Die Bären bringen mir in den Meer. Das geschieht. Habe ich einen vollen Magen? Jetzt hab ich einen vollen Magen. Halt mich das jetzt auch? Nein, findest du nicht. Ähm. Tja. Das ist, äh, schwierig. Schwierig, schwierig. Kann ich nicht irgendwie? Konnte man noch nicht? Hä? Kiste? Kiste, Kiste? Ich hab grad keinen Plan mehr. Keinen Plan von gar nichts. Das ist ja, hm. Ne Schaufel brauche ich erstmal. Das ist ganz wichtig. Ohne Schaufel, die geht gar nichts. So, jetzt muss ich gucken, wie mach ich denn das mit dem ganzen Kram? Den Tuft kann ich hier einpflanzen. Weil, ich brauch mehr Gras. So. Kacke, muss ich noch finden. Da muss ich mir noch was überlegen. Zehn Tage habe ich jetzt... Da will ich nicht hingehen. Da könnt ihr nur noch weiter gehen. Hm, da unten vielleicht noch. Da hab ich noch nicht geguckt. Da war ich schon überall. Da gibt's noch viele, viele Bären. Das wär auch nicht schlecht. Ich muss hier, glaub ich, nochmal weiter gucken. Hier. Wo ich letztes Mal gewesen bin. Schauen wir mal. Aber ich würd sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.